Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 2-0-1-2, die Welt im Wandel, wir mitten drin Weltenkind und Weltenkind, Start global, ein Neubeginn, Lichtkrieger Die Bringer des neuen Zeitalters, die Dunkelheit wird transformiert, denn es wird Zeitalter Oh yeah, oh yeah, oh yeah Check, 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 check Check! Check! Yo, hallo und damit herzlich willkommen zum Podcast Das Neue Aeon. Es wird Zeit, Alter. Von mir, Aeon, man kennt mich. Unter anderem auch als... Der Herr der Augenringe, der König der Waschbären. Müdigkeit in Person, a.k.a. der Typ, der seine Seele in sieben Horkruxel gepackt hat und sie nicht wiederbekommt, bevor das Morgane-Album nicht fertig ist. Schneide, du Knecht, schneide! A.k.a. der Typ, der sieben Wochen lang auf Wochenende wartet. Ist wieder back, Leute, was geht? Alles fresh bei euch? Bei uns läuft's! Hat ja jetzt ein bisschen gedauert, bis die neue Folge kam. Hatte auch seine Gründe. Möchte ich euch natürlich auch sehr gerne erklären, besonders den Supportern. Aber auch natürlich so der treuen Hörerschaft, ihr seid alle wichtig. Es hatte damit zu tun, dass das Morgane-Album, wie eben schon beschrieben, und auf eine humoristische Art und Weise aufgearbeitet. Sehr zeitaufwendig ist und damit auch viele Nerven kostet. Und ja, das Leben ist praktisch nicht mehr existent. Also wir sind wirklich Tag und Nacht gefühlt einfach am Arbeiten an diesem Album. Und es wird halt richtig ridikulös, Harry Potter zum Quadrat am Ende. Es wird drei Flammen-Emojis. Hoffen wir zumindest. Also wir haben ein sehr gutes Gefühl dabei und sind froh, dass wir jetzt langsam auf die Zielgerade einbiegen, weil, meine Güte, ist das viel Arbeit, das hat niemand kommen sehen. Oh, meine Güte. Ach du lieber Scholli, da wird dir der Hund an der Pfanne verrückt. Schreibt mal bitte die witzigsten deutschen Sprichwörter, die richtig klischeehaft sind, in die Kommentare. Es würde mich sehr amüsieren, das zu lesen. Da liegt der Hase im Pfeffer. Und was eben noch passiert ist, ist, das ist sogar während der Podcast-Aufzeichnung von vor zwei Wochen passiert. Also ich war dabei gewesen, hier diesen Podcast aufzuzeichnen praktisch. Ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen, weil es halt nicht mehr aktuell ist irgendwie. Und da hat mir meine Mutter geschrieben, dass sich meine Großmutter nicht meldet. Und das ist nicht üblich. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie einen Schlaganfall hatte. Und auf jeden Fall seitdem steht die Familie halt Kopf. Und da mussten sich um sehr viele Dinge gekümmert werden. Und da war ich auch mit involviert. Und es war natürlich auch emotional nochmal doppelt beansprucht. Und einfach durch die ganzen Arbeitsstunden, die sowieso schon mit dem Druck verbunden sind, mit dem Release-Date. Und dazu dann noch dieser Druck war dann einfach so viel, dass ich gesagt habe, nee, Leute, ich ziehe mich erstmal zurück. Ich habe ja dann noch keine Storys gemacht oder Sonstiges. Und habe mich jetzt erst dieses Wochenende wieder zurückgemeldet in der Öffentlichkeit. Ich hatte das auch nicht nach außen getragen einfach. Ich hatte nur mal kurz eine Story gemacht auf Instagram, aber das war es dann auch schon. Und dann war ich weg vom Fenster. Und meine Oma ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Also wenn man das so sagen kann, weil Schlaganfall ist natürlich immer scheiße. Mega kacke ist es einfach, weil du wirst einfach aus dem Leben gerissen. Und sie wird jetzt bald in die Reha kommen. Und wir hoffen einfach, dass es einen guten Verlauf gibt. Weil das Gehirn hat einfach die Möglichkeiten, sich zu regenerieren im Sinne von, also die Wege, die es normalerweise benutzt über Synapsen und über elektrische Impulse, einfach neu zu verdrahten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass auch schwere Schlaganfallpatienten widersprechen können oder wieder laufen können. Nur weil der Weg jetzt eben kaputt ist, da ist es nicht, dass das Gehirn das nicht wieder hinkriegen kann. Und ja, darauf hoffen wir natürlich. Man, das Gehirn ist ein Wunderwerk der Natur. Es ist der Hammer, was das Teil kann. Ich glaube, ich hole mir auch eins. Und jetzt bin ich eben wieder da. Bonjour. Habt ihr mich vermisst? Und zwar mit einem riesigen Knall, wie es sich herausgestellt hat. Wir haben nämlich vor 24 Stunden jetzt genau den Song Wir veröffentlicht mit Video auf meinem YouTube-Kanal, den werden die meisten wahrscheinlich gesehen haben, die diesen Podcast hören. Oder? Und einen Kommentar da gelassen. Vielleicht auch ein Like und ein Abo. Und die Live-Zahlen sehen gerade so aus. Wir stehen bei 4.684 Aufrufen. Nach 24 Stunden, Dicker Papa. 497 Likes. Da geht noch was. Und das ist mega geiler. Vielen Dank für den Support erstmal. Und ich war schon sehr, sehr überzeugt auf jeden Fall von diesem Song, als ich ihn geschrieben habe. Aber dass er so gut bei euch ankommt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen vielen, vielen Dank an euch und natürlich auch an die Künstler, die da mitgesungen haben. Mit mir in der Hook. Da wäre meine Treue und Liebe Gefährtin Morgaine. Vielen Dank. Und der Torben, der hat mit mir sogar noch an der Hook geschrieben. Also wir hatten uns zusammen getroffen, weil ich hatte noch keine Hook-Melodie gehabt, richtig. Oder ich hatte nur so eine ungefähre Vorstellung, aber ich hatte irgendwie den Drive nicht. Und dann ist es halt manchmal richtig geil, wenn man mit jemand in Resonanz geht einfach. Dann spricht man den Gedanken aus und sagt, ah nee, guck mal so vielleicht. Und ja, was ist, wenn dieses Wort da und bla. Und dann hatten wir eben diese geniale Wortverbindung von diesem Wir bleiben hier, Wir bleiben wir. Ja, also wir bleiben wir. Und dann geht es wieder von vorne los. Genial, ich weiß. Und so ist das dann entstanden. Und das hat nochmal dem einfach den letzten Schliff gegeben. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und er war einfach genau die richtige Person, um das eben herzustellen für diesen Moment. Das ist richtig ridikulös. Deswegen schönen Grüße und vielen Dank. Mal kurz eine Hymne für friedlichen Widerstand schreiben. Easy, Dicke. Man kennt uns. Spaß. Und dann hat noch die Sandara mitgesungen. Eine sehr gute Freundin von mir und der Morgaine. Und vielen, vielen Dank auch an dich. Sie ist Hebamme und sie ist gerade im Irak und bringt da Kinder auf die Welt. Easy, Dicke. Kann man mal machen. Ärzte ohne Grenzen ist es, glaube ich. Mein schon. In diesem Sinne, schöne Grüße in den Irak und komm heil zurück. Vielen Dank, du Liebe. So, und diese ganzen wunderbaren Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, in Zahlen 3, verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Mann, ich hoffe so sehr, dass ihr meinen Humor versteht. Ansonsten bin ich voll der Arrogante. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute, die den Podcast bis zur Folge 6 jetzt gehört haben, verstehen, wie ich ticke. Ach so, und bevor ich es vergesse, vielen, 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 vielen Dank an Kai Stuth für die Bereitstellung des Videomaterials. Mega nice Material. Vielen Dank, mein Lieber. Legende. Checkt auch hier in der Beschreibung den Link zu seinem Kanal. Und schaut euch auf jeden Fall seinen Film zur Corona-Pandemie an. Verlinke ich euch auch. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über den Song und wie er überhaupt entstanden ist oder warum er entstanden ist und warum ich mich da jetzt auch so klar positioniere und ich das Bedürfnis hatte, das jetzt gerade rauszuhauen. All diese Fragen werden geklärt werden und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr bei den Supportern bedanken auf Steady HQ, die trotz der kleinen Pause trotzdem noch weiter Supporter geblieben sind, was mega nice ist. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Es ist halt das ganze Projekt am Leben und im weitesten Sinne auch mich, weil ihr habt ja mitbekommen, dass wir so ein kleines Problem haben, gerade auf der Welt und wir Künstler sind halt extrem betroffen. Und deswegen vielen Dank nochmal an euch dafür, dass ihr die Treue gehalten habt, obwohl jetzt gerade kein Content gekommen ist, aber aus Gründen, wie gesagt. Und ich werde mich dafür natürlich revanchieren mit einer kleinen Bonus-Folge für die Supporter auf Steady HQ nächste Woche. Das ist praktisch eine Erweiterung, will ich mal sagen, zur normalen Folge, die kommen wird. Und für die Leute, die jetzt keine Supporter sind und sie fragen, hä, wie kann ich denn da Supporter werden? Ich meine, der Mann, der haut dir einfach mal umsonst die Hymne des friedlichen Widerstands raus, ja. Den will ich supporten. Aber wie? Dann schaut einfach mal in die Beschreibung und direkt der erste Link ist Steady HQ. Das ist meine Support-Website und da habt ihr eben die Möglichkeit, aus verschiedenen Paketen zu wählen, wie es für euch passt. Ist monatlich kündbar, super unkompliziert und ihr bekommt noch mehr Content obendrauf. Da werden auch exklusive Songs hochgeladen, die es nur da zu hören gibt. Und ja, solltet ihr tun. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Schaut euch die Sache einfach mal an. Einfach mal eine Chance geben. Bei Osiris und Atiz, schau mich ganz fest an. Du bist jetzt ein Supporter. Ja, ein Supporter. Und damit auch berechtigt, den exklusiven Premium-Content zu genießen. So, erstmal die neuen Live-Zahlen. Wir stehen bei 4853 Aufrufen und 508 Likes. Da geht noch was, Dig. Also, mega. Es ist richtig surreal. Ich kann es gar nicht richtig greifen. Und die Sache, die mich aber dabei noch am meisten wundert, ist, dass so wenig Dislikes da sind. Es sind jetzt gerade fünf oder sechs, ich weiß nicht, keine Ahnung. Fünf oder sechs Dislikes nur. Und ich habe ja mit so viel mehr gerechnet. Und natürlich ist mein erster Gedanke gewesen, okay, Mann, das ist einfach die Bubble. Und natürlich ist es das auch zum Teil. Aber mir haben auch Leute geschrieben, die für die Maßnahmen sind, dass sie das einfach extrem nice finden. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gewundert. Oder es hat mich sehr gefreut, will ich mal besser sagen. Weil es mir nämlich genau darum ging, einfach diese friedliche und gleichzeitig aber revolutionäre Energie der Menschen einzufangen, die ich eben erlebt habe am 1.8. in Berlin. Das waren zehntausende Menschen oder 24 Trilliarden oder vielleicht hunderttausende Menschen, die da mit der gleichen Gesinnung, nämlich dem friedlichen Widerstand, geschrien haben, und wir bleiben hier. Das war, ich kriege einfach Gänsehaut und mir verschlägt das ein bisschen in die Sprache, wenn ich nur darüber nachdenke. Und es berührt mich einfach extrem tief. Und ich bin so froh, dass dieses Lied so gut gelungen ist und das anscheinend wirklich das wiedergibt, was ich damit wiedergeben wollte. Und das ist ein so schönes Gefühl und das macht mich richtig demütig, auch damit einfach so viele Menschen jetzt erreicht zu haben und auch einfach das, was da passiert ist, ins richtige Licht zu rücken. Weil das, was die Medien daraus gemacht haben, danach war frech und bösartig und hochgradig respektlos gegenüber den Menschen. So, aber warum habe ich das jetzt gerade rausgehauen? Oder woher kam der Impuls? Warum habe ich dieses Bildmaterial genommen? Und um es mal ganz ernsthaft zu kommunizieren, also das hat auch was mit meiner Oma zu tun. Weil es ist nämlich so, dass niemand kann sie besuchen gerade. Die Frau hat einen Schlaganfall gehabt. Es ist ihr ganzes Leben ist auseinandergebrochen. Ja, die ist ja jetzt im Krankenhaus. Die hat Angst, dass die weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, sie kann nicht richtig kommunizieren. Und niemand von der Familie darf hin. Aufgrund der Covid-Maßnahmen. Ja, und das ist, das ist eine Schande. Es ist wirklich, es ist eine Schande. Und das ist ja deutschlandweit so. Oder es ist auch in Österreich so oder was weiß ich. Es ist überall so. Ja, fast überall. Und das ist so unmenschlich. Ja, oder auch die Leute in den Pflegeheimen, die darf man nicht besuchen gescheit oder sonstiges. Und die Leute vereinsamen einfach nur. Und ich spüre es gerade so stark. Ja, also ich merke es selber. Weil natürlich wäre ich sofort einfach in den Zug gestiegen von Wien nach Frankfurt und hätte da meine Oma besucht. Sofort. Und ich wäre da einfach nicht mehr weggefahren. Ja. Und hätte mich gekümmert. Wie es halt so ist in der Familie. Aber es ist nicht möglich. Wir dürfen nicht. Niemand darf rein. Und diese Frau ist damit einfach alleine. In der schlimmsten Phase ihres Lebens. Das ist unfassbar. Und das hat für mich einfach den Impuls gegeben. Nee. Mir steht es jetzt bis hier oben hin. Weißt du, mit meinem Schicksal komme ich ja noch klar irgendwie. Weißt du, dass ich nicht auftreten kann und dass ich jeden Cent gerade dreimal rumdrehen muss. Ja. Okay. Aber sowas. Nee. Das ist eine Spur zu viel. Und das war ja klar. Weißt du, deswegen bin ich ja auch damals schon halt auf die Straße gegangen und habe mich dagegen halt ausgesprochen gegen die Maßnahmen. Weil es nicht okay ist in so vielen Aspekten. Ja. Nicht alles ist schlecht. Ja. Man muss mit diesem Virus auch gescheit umgehen. Ja. Aber was da abläuft, steht in überhaupt keiner Verhältnismäßigkeit. Ja. Nur damit ihr mal so meine Historie einfach wisst davon. Ja. Ich habe erstmal meinen Job verloren. Ja. Weil, ja, der Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, der ist pleite gegangen, weil nichts mehr ging. Logischerweise. Und dann wurde ich entlassen. So. Und danach war ich monatelang einfach nicht mal mehr krankenversichert, weil ich einfach kein Geld hatte. Ich hatte kein Geld. Und dann kam das Horus-Album. Und dann hatte ich ein bisschen Geld. Aber das ist dann auch wieder schnell weg, weil das Leben ist teuer. Miete und was zu essen, da bist du locker mal bei 6, 7, 800 Euro. Das geht ganz schnell weg. Und das ist ja noch minimalistisch gerechnet. Ja. Und das Geld ist dann weg vom Horus-Album. Und dann bekommst du gesagt, dass du diesen Sommer wieder nicht auftreten kannst. Und du hast keine Einnahmen. Und dann auch wieder keine Krankenversicherung. So einfach ist das. Und dann war auch meine Knie-OP nicht möglich gewesen. Und dann findest du keinen Job. Weil es einfach nichts hergibt. Also der Markt, der gibt einfach momentan nichts her. Und dann sitzt du da. Und hast einfach relativ wenig Optionen. Ja. Nur damit ihr versteht, wie lange meine Zündschnur ist. Ja. Bis ich wirklich sage, okay, es reicht. It's enough. Und dafür musste erst das mit meiner Oma passieren. Und ich habe das bei mir beobachtet. Also es ist sehr interessant, dass ich das bei mir beobachten konnte. Wieder nach sehr langer Zeit. Und das war eine Wut. Eine Wut auf die Politik. Weil wer meine alten Alben kennt oder wer sich die Diskografie bestellt hat und sich die ersten Alben anhört, der hört auf jeden Fall, dass da mehr der politische Aeon noch am Start war, der wütend war und der spirituelle dann später erst übernommen hat. Und dann habe ich eben diese Wut genommen und habe sie in was Gutes umgemünzt. Und das war eben genau dieses Release von wir. Und ich bin sehr froh, dass es so eine große Wirkung hat. Weil es muss sich was ändern. So kann es nicht weitergehen. Also es geht wirklich nicht. Weil so wenn man die ganzen Selbstständigen noch anguckt, die dürfen ja gerade keine Privatinsolvenz anmelden oder betriebliche Insolvenz. Das ist ja gar nicht möglich gerade. Da gibt es ein Verbot für. Und sobald dieses Verbot dann aber aufgehoben sein sollte, werden unzählige Betriebe oder Selbstständige einfach keine Existenzgrundlage mehr haben. Das wird alles auf einmal kommen. Dann Gute Nacht, liebe Freunde. Die haben es richtig verkackt. So richtig verkackt haben sie es. Und das Problem ist, auf die großen Künstler, da kann man jetzt leider nicht zählen. Weil die sind zwar auch betroffen, aber die haben genug Geld. Die können sich zu Hause hin chillen. Das geht. Das ist kein Problem für die. Und deswegen sagen die auch nichts. Die können sich solidarisch zeigen und gönnerhaft. Aber für das untere Drittel der Gesellschaft. Einfach nur, yo, ciao. Wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Steuererhöhungen? Wo sollen die Steuern herkommen, wenn keiner ordentlich arbeiten kann? Also es ist, meine Güte, kann man es nur so verkacken auf so vielen Ebenen. Und es wird gar nicht über die psychologischen Folgen gesprochen. Es wird einfach völlig ignoriert. Das ist kein Thema. Da werden Zahlen aufgerufen, die überhaupt nicht relevant sind. Oder die nicht so relevant sind. Wie kann man sich denn auf Inzidenzwerte nur verlassen? Oder wie kann das die Richtzahl sein? Diese Zahl sagt nichts aus. Die ist völlig willkürlich. Es ist, die Intensivstationen sind wichtig. Ja, sowas ist wichtig. Nicht die Inzidenzzahl, die einfach nichts aussagt. Oh mein Gott, das ist unfassbar. Sorry, ich schweife ab. Es ist einfach zu dumm. Es ist einfach zu dumm, um es länger zu akzeptieren. Und dann kommt nochmal was. Oh mein Gott, meine Güte. Das hat mich richtig fertig gemacht. Ich frage mich schon seit Wochen, wie es denn sein kann, dass jemand wie Jens Spahn, okay, der eine absolut korrupte Aktion macht oder zwei korrupte Aktionen macht, wie der noch im Amt sein kann, wie der die Verantwortung dafür tragen kann, wie das hier weiterläuft. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Es geht nicht in meinen Schädel rein. Wie kann es sein, dass eine offensichtlich korrupte Person weiterhin die Verantwortung für absolut fundamentale Entscheidungen über Millionen von Menschen treffen kann? Wie geht das? Das ist doch der Wahnsinn. Es wird einfach so hingenommen und das verstehe ich nicht. Und das Gleiche war es auch beim Philipp Amthor. Der ist rehabilitiert. Der ist wieder festes Mitglied der Partei. Das gibt es doch gar nicht. Das ist völlig verrückt. Diese Leute bereichern sich. Natürlich darfst du dich bereichern. Aber doch nicht, wenn du Politiker bist. Du stehst doch im Dienst des deutschen Volkes. Steht oben auf dem Bundestagsgebäude. Du bist kein Börsenmanager. Mann, wenn du dich bereichern willst, dann geh an die Börse. Und mach irgendeinen Scheiß. Weißt du, dafür gibt es den Kapitalismus. Aber verhalte dich doch nicht so als Politiker. Da hängen Millionen Menschenleben dran. Das ist einfach scheißegal. Es ist wie ein Spiel. Monopoly. Das ist Monopoly, was da gespielt wird. Ich meine, ich habe ja schon immer gewusst, dass es korrupte Strukturen gibt in der Politik. Und ja, sodass man sehr gerne mal auf sich guckt. Und so weiter und so fort. Es ist mir ja nicht neu. Deswegen habe ich auch angefangen, Musik zu machen, weil ich genau sowas mal verändern wollte. Aber was hier gerade passiert, ist einfach eine Spur zu heftig. Im Sinne von, es ist so offensichtlich, dass es einfach nur frech ist. Ich meine, dieser Kerl, der will mir verklickern seit einem Jahr, dass ich zu Hause bleiben soll. Und ja, meine Freiheit aufgeben soll. Und dass ich meinen Job nicht mehr richtig ausüben kann. Und dass meine Existenz einfach gejallert ist, weil wir Rücksicht nehmen müssen. Und dann bereichert sich dieser Mensch an eben genau dieser Krise. Und dann kauft er sich ein Haus für 4 Millionen Euro. Was vielleicht nicht der beste Move ist. Während wir alle zu Hause bleiben müssen und kein Geld mehr haben. oder so ein Drittel der Gesellschaft einfach halt kurz vor Insolvenz steht oder vor Pleite sein. Dann kauft der Typ, der uns sagt, dass wir unsere Läden nicht aufhaben dürfen, sich einfach ein Haus für 4 Millionen Euro. Bro, was geht? Und dann steckt der Typ sich noch an bei einer Veranstaltung, wo er keine Maske getragen hat. Was er uns allen aber sagt, dass wir das machen müssen. Und dann bleiben nur noch zwei Optionen übrig. Entweder der Typ ist ein korruptes Riesenabend, oder er ist ein Riesenabend. Morgaine hat mir gerade gesagt, dass es üble Nachrede ist, wenn man Politiker beleidigt. Und dass man dafür in den Knast kommt. Wusste ich nicht. Weiter im Text. Ist ein neues Gesetz. Und das verhält sich einfach so, dass er in beiden Fällen nicht dafür geeignet ist, diese Position zu begleiten. Und dann noch genau in diesen Zeiten, wo die Bevölkerung sowieso schon sehr großes Misstrauen einfach gegen die Politik hat, werden solche Sachen abgezogen und nicht zu wenige. Wie soll man dieser Politik dann noch vertrauen? Wie soll das gehen? Es ist nicht möglich. Oder man ist dumm. Dann, ja. Aber das ist halt ein Riesenproblem, weil ich würde gerne meiner Politik vertrauen. Wirklich. Aber das macht es schwierig. Oder um es mal weiter zu spinnen. Wie soll ich meiner Politik dann noch vertrauen, dass ein Impfstoff, der ein Jahr lang getestet wurde, oder der innerhalb von einem Jahr entwickelt wurde, was normalerweise sieben Jahre braucht, nicht schädlich ist? Wie soll das gehen? Ja, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist gesunder Menschenverstand. Wirklich, ja. Das ist nur einfach gesunder Menschenverstand. So, vielleicht funktioniert der Impfstoff. Ja. Das Problem ist nur, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, dem zu vertrauen. Seitdem ich Jugendlicher bin, höre ich von Berichten oder beziehungsweise Skandale über die Pharmaindustrie. Ja, wie sie sich bereichert an den Menschen und irgendwelche Stoffe ausprobiert. Ja, das haben wir doch schon mal gehört. Jeder von uns hat das schon mal gehört. Die Pharmaindustrie, die Lobbys, hat man doch alles schon mal gehört. Und genau das, ja, könnte gerade passieren. Muss aber nicht sein. Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass diese Menschen wirklich das Beste für mich wollen. Und das hängt nicht damit zusammen, also, dass ich ein misstrauischer Mensch bin oder so. Weil das bin ich erstmal nicht, weil ich denke nicht das Schlechteste vom Menschen. Also wirklich nicht. Ich gehe immer vom Besten aus. Aber aufgrund dieser Faktenlage und diesen Personen, also die mir das kommunizieren, habe ich aufgrund meines normalen Menschenverstands einfach nicht die Möglichkeit, darauf zu vertrauen. Es wurde mir genommen. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit, wenn ich logisch darüber nachdenke. Es geht nicht. Ich komme nur zu diesem Punkt. Und zwar, dass ich dem nicht vertrauen kann. Und das ist sehr schade. So sollte es nicht sein. So, und dabei dürfen wir auch noch die Sache nicht vergessen. So, was für mich ein riesengroßer Punkt ist, einfach, warum ich gegenüber der Pharmaindustrie einfach misstrauisch bin. Es sind Unternehmen. Und Unternehmen sind gewinnorientiert. Okay? Sie gewinnen nicht an der Gesundheit von Menschen, sondern an der Krankheit von Menschen. Sie verdienen halt damit Geld, wenn Menschen krank sind. Nicht, wenn sie gesund sind. Und das ist ein Faktor in dieser Gleichung. Und den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber jedem seine Entscheidung. Ich habe halt nicht mehr die Möglichkeit, diesem System zu vertrauen. Oder diesen Menschen, die uns da regieren und uns durch diese Krise führen. Habe ich einfach nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ihr das könnt. Nice. Schön für euch. Ich kann es nicht. Und ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, ich bin kein Fan davon, halt in diesem ganzen Ding einfach eine riesengroße Verschwörung zu sehen, dass jede Sache halt irgendwie miteinander vernetzt ist und so weiter und so fort. Aber es passieren sehr viele Dinge, die von sehr viel Dummheit einfach zeugen. Und das sind sehr viele Mechanismen. Also es gibt keine leichte Antwort auf dieses Malheur. Nehmen wir es mal auf eine bescheidene Art und Weise Malheur. Auf jeden Fall, was hier gerade passiert. Ähm, es gibt da drauf keine leichte Antwort, denke ich. Die da oben ist ein bisschen zu leicht gedacht. Aber, ja, stinkt auf jeden Fall vom Kopf an der Fisch, ne? Und wo ist der Kopf am Fisch? Da oben. Hahaha, mega. So, liebe Freunde, wir neigen uns wieder mal dem Ende zu. Ähm, es gibt noch ein paar wichtige Sachen zu vermelden. Habe ich einfach vergessen, das am Anfang zu sagen. Und zwar das Lichtkriegershirt ist jetzt auch als einzelner Artikel zu erwerben. Und den findet ihr im Shop. Ich werde euch den Link unten nochmal in die Beschreibung packen. Natürlich. Wie immer. Es haben nämlich sehr viele danach gefragt, weil, äh, sehr viele Menschen die CD bestellt haben und dann erst danach gesehen haben, dass es auch, ja, halt das Bundle gibt. Und, äh, da wäre halt alles drin gewesen. Deswegen, ja, gibt es jetzt das Shirt auch einzeln. Ja, für euch. Und die Größen sind auch wieder alle verfügbar. Äh, Größen M und S waren sehr schnell ausverkauft. Die fallen auch relativ groß aus, die T-Shirts. Also, wenn ihr euch fragt, Größe L oder M, nehmt M, ja, als Beispiel. Oder XXL, XL, dann XL. Das Muster sollte klar verständlich sein. Und checkt euch auf jeden Fall auch das neue Morgane-Album. Es wird nämlich drei Flammen-Emojis, wie schon gesagt. Und noch die Bitte an euch mal ganz direkt gerichtet, verteilt diesen Song wir, ja. Schreibt Seiten an, fragt Freunde noch, ähm, ja, die sollen es mit euch anschreiben, weil es ist was anderes, wenn zehnmal die gleiche Nachricht drin steht, anstatt wenn nur eine Person da schreibt, die vielleicht halt keinen großen Kanal hat, wie jeder normale Mensch eben, dann hat es eine ganz andere Wirkung und damit da können wir vielleicht wirklich was erreichen. Also, da geht es nicht irgendwie darum, dass ich hier als super Künstler da stehe, sondern darum, dass wir die richtige Botschaft raustragen, so von dem, was da passiert ist oder was da passiert, ja. Einfach mal der Gegenpol oder zeigen, was wirklich die Quintessenz von dem ist, was da passiert. Und außerdem für euch noch die Information, ähm, ab Mai habe ich dann wieder frei, also da habe ich ein bisschen mehr Puffer, weil das Morgane-Album, wie gesagt, verschlingt praktisch 100% der Energie und wir sind gerade bei 110 und ab Mai, da werde ich wieder sehr viel Content raushauen. Ich bin auch schon bei vielen Interviews eingeladen, also zu vielen Interviews eingeladen und zu Podcasts auch, also da gibt es auf jeden Fall genug Stuff und dann wird auch nochmal eine Single kommen und dann auch der Rest des Albums irgendwann im Verlauf. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch ein Video drehen kann. Ich hoffe es wirklich sehr, aber wir müssen halt gucken, wie es mit den Gironer-Bestimmungen eben bis dahin aussieht. Genau. Ich müsste nämlich auf jeden Fall nach Deutschland reisen dafür und, äh, ja, noch ein bisschen was an die Seite legen, logischerweise, um das zu organisieren. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Also fleißig bestellen, liebe Freunde, ne? Dann wird es vielleicht noch was mit dem Musikvideo. Und bevor jetzt gleich hundert Leute fragen, äh, wie es ausschaut mit Spotify, ähm, also wir hoffen sehr, dass wir auf Spotify erscheinen können. Wir wissen in zwei Wochen mehr. Auf jeden Fall, also wenn es kommt, dann am 23.04. Lifehack. Nutzt euer Hirn. Lifehack. Ende. Bei Osiris und Abis schau mich ganz fest an. Du bist jetzt ein Supporter. Ja. Ein Supporter. Zu geil. Und damit möchte ich mich verabschieden von euch. Ihr hört die Outro Melodie und ich möchte mich verabschieden mit den zwei schönsten Worten, die ich kenne, um mich zu verabschieden. Yo. Ciao. Oh, yeah. 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 Wir hören richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen, weil die wissen, dass hier die lustigen Sachen kommen. Schönen Grüß an euch. Jo, ciao.